Nachricht an Rafinha Der FC Bayern München muss nach dem dritten BL-Spieltag bereits den dritten verletzten Spieler verkraften. Trainer Niko Kovac zeigt nach dem 3-Doppelpunkt-1 gegen Bayer Leverkusen seinen Unmut. Quelle, Omnesport Uli Hoeneß bezeichnete das Foul von Karim Belarabi als geisteskrank, Niko Kovac sprach von Freiwild. Nun äußerte sich der Nationalspieler selbst. Nicht nur für Bayer Leverkusen, auch für Karim Belarabi war es ein gebrauchter Nachmittag in der Münchner Allianz Arena. Kurz nach seiner Einwechslung flog der Flügelstürmer nach einem üblen Foul an Bayerns Rafinha vom Platz. Noch auf dem Rasen stellten ihn Jerome Bad hin und hier kurz zur Rede, Schiedsrichter Tobias Wetz zückte die rote Karte. Wortlos und mit hängendem Kopf ging Belarabi in die Kabine. Mit einer Verletzung am Innenband musste Rafinha sofort ausgewechselt werden. Noch in der Nacht meldete sich Karim Belarabi zu Wort, entschuldigte sich auf seinem Instagram-Profil bei Rafinha. Ich möchte mich natürlich bei Rafinha und meiner Mannschaft für das unnötige Foul entschuldigen, es war keine Absicht von mir. Gute Besserung, schrieb der 28-Jährige. Wie wird es Post on Instagram? Ich möchte mich natürlich bei Klammerrafe unter Strich 13er Fische, Rafinha, und meiner Mannschaft Klammerrafe Bayer 04 Fußball für das unnötige Foul entschuldigen, es war keine Absicht von mir. Gute Besserung. Wie lange Karim Belarabi für sein Foul gesperrt wird, ist noch unklar. Wiederholungstäter ist der pfeilschnelle Außenstürmer übrigens nicht. Es war die erste rote Karte in seiner Bundesliga-Karriere. Liebe Leserinnen und Leser. Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team Ich bin그러 Redaktion.